Das ist Kathrin Erlich von SwissGermanOnline.com Hoi, das ist das Verb holen. Ich hole, du holst, er holt, sie holt, es holt, mir holt, ihr holt, sie holt. Ich hole, du holst, er holt, sie holt, es holt, mir holt, ihr holt, sie holt, ein Kaffee holt, das Handy holt, Wasser holt, ein Kaffee holt, das Handy holt, Wasser holt, Wasser holt, Wasser holt, wo eine Gasse, ich gehe, das Kaffee holt, wo eine Gasse, ich gehe, das Kaffee holt, wo eine Gasse, ich hole, mein Handy, wo eine Gasse, ich hole, mein Handy, das Handy holt, ich gehe, das Handy holt, kann ich ein bisschen Wasser holen, bitte? Sicher, Schätzli, ich hole es gerade. Kannst mir ein bisschen Wasser holen, bitte? Sicher, Schätzli. Ich hole es gerade. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Am besten hole ich die Billette und du gehst noch schnell einen Kaffee für uns holen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Am besten hole ich die Billette und du gehst noch schnell einen Kaffee für uns holen. Ich hole... Ich hole... Ich löse... Ich hole... Ich hole... Ich hole das Kaffee... Es Culchegardline. Und ich hole... Ich hole das Handy... Ich hole das Handy... Ich muss das Handy... Woher gehst du? Kannst du mir ein bisschen Wasser holen, bitte? Sicher, Schätzli, ich hole es gerade.